Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Foren und in diesem Video möchte ich dir 5 Aktien vorstellen mit einem aktuellen Kaufsignal, sowohl charttechnisch als auch fundamental. Das Ganze aber nur meine persönliche Meinung, keine Anlageberatung. Also schau dir diese Aktien auf jeden Fall auch selber nochmal an. Ich persönlich bin davon aber absolut überzeugt, dass sowohl hier kurzfristig als auch langfristig viel Potenzial in diesen 5 Aktien steckt. Und ansonsten schreib auch gerne mal du in die Kommentare, welche Aktien du aktuell gut findest und auch warum. Ich schaue mir das alles an und freue mich auf eure Kommentare. Ja, jetzt starten wir mal direkt rein in das Video mit den 5 Aktien. Meine allererste Aktie ist die ServiceNow Aktie und das ist eine Aktie aus dem Bereich Technologie, der ja doch sehr unter die Rede gekommen ist. Dieser Bereich, gerade auch neben den erneuerbaren Energien, ist ja der Tech-Sektor sehr, sehr stark korrigiert. Aber man muss auch dazu sagen, das Ganze natürlich auch nach einem massiven Anstieg in den letzten Monaten, von daher ist das vollkommen gesund. Die Aktie kostet aktuell 398,55 Euro und es kann natürlich sein, dass hier nochmal ein paar Euro runtergehen. Ich glaube, die Woche wird immer noch bis Freitag sehr, sehr schwierig für Tech und erneuerbare Energiewerte. Ich glaube aber, dass tatsächlich ab nächster Woche oder übernächster Woche, also dann quasi ab Anfang April, das Ganze wieder steigen sollte. Grundsätzlich, worum geht es bei ServiceNow? Es geht um digitale Workflow-Lösungen auf Cloud-Basis. Das heißt, alle Unternehmen, die zum Beispiel ihre Mitarbeiter, aber auch ihre Kunden, aber auch ihre Prozesse digitalisieren wollen, beziehungsweise mit Lösungen auf digitaler Basis quasi da glänzen wollen und eben so reale, schwierige, schwerfällige, bürokratische Arbeitsabläufe eben in die digitale Welt überführen wollen. Die sind bei ServiceNow richtig, ein absoluter Burggraben, also ein absolut top-positioniertes Unternehmen in dem Bereich, absolute Zukunftsbranche und hier sieht man, die letzten zehn Jahre haben sich ganz gut gestaltet. Hier natürlich im März 2020 wie in der gesamten Weltwirtschaft ein Einbruch, aber das war in dem Fall eher eine Chance für dieses Unternehmen, weil die Digitalisierung damit vorangeschritten ist und hier ganz klar ServiceNow natürlich viel Umsatz, viel Gewinn gebracht hat, was sie hier tatsächlich ja wahrscheinlich erst in den nächsten Jahren realisieren hätten können. Aber viele Unternehmen waren eben jetzt in der Krise gezwungen, auf digitale Lösungen umzustellen und das ist langfristig natürlich auch ein Wettbewerbsvorteil. Wenn man sich das mal so anschaut hier im Verlauf, dann sieht man den Kurs, der bewegt sich ja lange an dieser gelben Linie, das ist die 50-Tage-Linie, darunter die lila Linie ist die 200-Tage-Linie, das sind so erste Indikatoren, ob ein Kurs aktuell eventuell günstig sein könnte. Die Aktie an sich ist sehr, sehr teuer, also wenn man sich mal so die Bewertung anschaut, aber es ist auch ein toller Aufwärtstrend, also es ist sowohl operativ als auch vom Chart technischen gerechtfertigt, dass diese Aktie so teuer ist und wenn man sich das mal anschaut, dann liegen wir aktuell sowohl unter der gelben als auch der lilanen Linie. Wie gesagt, das ist ein erster Indikator, ob ein Kurs eventuell günstig sein könnte. Für mich ist das aktuell ein sehr, sehr guter Einstiegspunkt und von daher auch hier tatsächlich, wenn man sich mal den Gesamtchart anschaut, aber auch das operative Geschäft, wie das so verläuft und auch die Aussichten für die Zukunft, ist für mich ServiceNow hier wirklich eine sehr, sehr tolle Aktie, in die ich wie gesagt auch selber investiert bin. Von daher hier für mich persönlich ein klares Kaufsignal, aber wie gesagt, schaut euch die Aktie auch gerne selber nochmal an. Ja, der zweite Titel, den ich euch vorstellen möchte, es kommt aus einem ähnlichen Bereich, also auch wieder ein Technologiewert. In dem Fall Salesforce kostet 179,84 Euro und das ist eine Aktie, die Dienstleistungen anbietet, also ein Unternehmen, was Dienstleistungen anbietet im Bereich von Customer Relationship Management, Cloud basiert. Also ein direkter Konkurrenz zum Beispiel zum deutschen SAP Unternehmen. SAP war ja in den letzten Monaten, beziehungsweise im letzten Jahr stark gefallen, weil sie eben angekündigt haben, sehr, sehr viel in Cloud-Lösungen investieren zu wollen, weil sie das so ein bisschen verschlafen hatten. Ja, da muss man sagen, Salesforce ist hier doch schon länger dabei und auch schon, also nicht länger als SAP, aber schon länger dabei im Cloud-Business sich was aufzubauen in dem Bereich und hat hier massiv wirklich zulegen können und hat hier auch SAP wirklich in Bedrängnis bringen können bis jetzt, weil das wirklich die Zukunft ist mit diesen Cloud-basierten Programmen und Dienstleistungen und hier natürlich Salesforce in dem Fall, ja, klar gut positioniert ist und auch viel schon investiert hat, was andere erst jetzt investieren müssen und quasi sind hier schon vielen einen Schritt voraus. Auch diese Aktie nicht unbedingt günstig bewertet, aber charttechnisch als auch vom operativen Geschäft sehr, sehr gut unterwegs und von daher hier auch gerechtfertigt, dass der Chart so gut verläuft und für mich persönlich auch charttechnisch als auch fundamental weiter auf jeden Fall Luft nach oben. Auch hier war natürlich die Krise so ein kleiner Katalysator, der das Ganze nach oben getrieben hat. Wesentlich nochmal die Geschäftsprozesse, aber auch die Umsatz- und Gewinnprognosen und auch tatsächlich auch den realisierten Umsatz und so weiter, nach oben getrieben hat. Viele Unternehmen haben hier nochmal investiert, gerade in diese Cloud-basierte Lösung, was ja wirklich auch ein klarer Zukunftsmarkt ist, wo viel Wachstum drin steckt und auch hier sind wir aktuell unter beiden Linien, also sowohl unter der 50-Tage-Linie als auch unter der 200-Tage-Linie. Wie gesagt, das ist immer nur ein erster Indikator, man muss sich dafür auch noch die gesamte Chart-Technik anschauen als auch die fundamentalen Zahlen des Unternehmens, aber auch die Marktsituation und bei all diesen Dingen bin ich hier doch sehr, sehr optimistisch, was Salesforce angeht und sehe hier auf jeden Fall auch langfristig Potenzial, also auch hier eine Aktie neben ServiceNow, die ich langfristig halten würde, aber wo ich auch durchaus kurzfristig noch Potenzial sehe. Das Ganze aber wie gesagt, es kann noch sein, dass hier der ein oder andere Euro noch an Rabatt quasi kommt. Ich glaube aber, dass nicht mehr allzu viel Luft ist, weil die Aktie wirklich an sich sehr, sehr gut ist und auch stark nachgefragt wird und diese Korrektur absolut notwendig jetzt war, damit das Ganze auch wieder zu einem gesunden Wachstum übergehen kann. Ja, die dritte Aktie, du siehst es, es kommt sehr, sehr viel Technologie hier vor in diesem Video. Ich verspreche dir, aber es kommt jetzt auch nochmal eine Aktie, die nicht in dem Bereich Technologie fällt, in dem Fall aber wie gesagt nochmal eine Tech-Aktie und zwar LivePerson, kostet aktuell 43,48 Euro, auch eine Aktie, die ich persönlich auf der Watchlist habe, die ich sehr, sehr interessant finde und worum geht es da? Also steckt Live drin in dem Namen, aber auch Person, das heißt irgendwas, ja, live und mit einer Person, was könnte dahinter stecken? Ich hatte die Aktie tatsächlich auch schon mal in einem Video vorgestellt, es geht um künstliche Intelligenz, das heißt keine echte Person, die dahinter steckt, aber trotzdem ja eine Art künstliche Person, die live mit einem Kunden in Interaktion tritt. In dem Fall ist das so quasi die Lösung für das Callcenter 2.0, denn LivePerson bietet quasi eine künstliche Intelligenz an, die ein Callcenter ersetzen soll. Das heißt in dem Fall keine tatsächlichen Personen mehr, die hier Kundenanrufe oder Kundenchat-Anfragen annehmen, sondern eine künstliche Intelligenz, die immer wieder dazulernt und auch hier viel quasi maßgeschneidert den Kunden bieten kann. Und das Ganze natürlich wesentlich kostengünstiger, weil man keine echten Personen mehr anstellen muss, ist natürlich blöd für die Arbeitnehmerschaft, aber so ist halt einfach der Trend. Und wenn man sich hier mal auch den Kursverlauf anschaut, dann sieht man auch hier, dass quasi die Krise so ein kleiner Katalysator war. Wenig Callcenter können noch ihren Regelbetrieb aufrechterhalten, zum einen, weil die Leute ja entweder zu Hause bleiben oder nicht mehr in die Großraumbüros können. Und ja, grundsätzlich ist das Thema ja auch immer schwierig, weil gerade in so Callcenter ist es natürlich schwierig, auch gutes Personal zu finden. Und dann gibt es ja doch auch viel Schulungsaufwand und so weiter. Es gibt menschliches Versagen, menschliche Fehler. Das kann natürlich bei einer Technik auch auftreten, aber in dem Fall bei dieser künstlichen Intelligenz, die lernt immer weiter dazu und ist letztendlich dann auch günstiger und auch mehr eskalierbar. Und auch, ja, man zahlt keine Arbeitsstunden mehr, sondern quasi Einsätze. Und das ist bei LivePerson, die sind hier wirklich sehr, sehr gut positioniert, sind noch nicht im Gewinnbereich, aber hier durchaus in einer sehr, sehr spannenden Branche, in einer sehr spannenden Geschäftsfeld und für mich ein absoluter Kauf. Wie gesagt, ich bin noch nicht persönlich investiert, würde aber hier auf jeden Fall zuschlagen. Persönlich sehe den Kurs aktuell auch sehr, sehr gut. Wir sind auch hier unter der gelben und unter der lilanen Linie. Also auch hier ein erster Indikator dafür, dass die Aktie an sich gerade gut bewertet sein kann und für mich einfach fundamental und auch vom Geschäft sehr, sehr gut. Ja, jetzt kommen wir zur vierten Aktie und das, wie versprochen, mal keine Tech-Aktie. Ich hatte diese Aktie aber auch schon öfters mal in einem Video drin, bin auch selber investiert. Das bitte auch wieder beachten und die Aktie kostet aktuell 33,75 Euro. Jinko Solar ist die wunderschöne Aktie. Wie gesagt, ich bin da auch größer investiert, bin auch sehr, sehr optimistisch. Es geht um Solar, um die Solarbranche. Das ist eine chinesische Solaraktie und die ist doch sehr unter die Rede gekommen. Also sehr, sehr volatil. Also nichts für Leute, die hier wirklich nur auf grundsolide Aktien setzen, die immer schön langsam und brav nach oben steigen, gemächig, sondern hier ist wirklich viel, viel Bewegung drin. Und das Thema Solar und erneuerbare Energien ist natürlich gerade mit auch Wasserstoff parallel sehr, sehr stark korrigiert und nach unten gegangen in den letzten Wochen. Man sieht hier in den letzten zehn Jahren ja so ein bisschen, ich sag mal, ja viel Bewegung drin, aber letztendlich wenig Kurssteigerung. Dann aber tatsächlich hier im Herbst 2020, wo dann auch zum Beispiel, nachdem die Europäische Union gesagt hat, wir haben einen Green Deal, wir wollen erneuerbare Energien fördern, aber auch dann hier ganz klar China sich bekannt hat, bis 2060 klimaneutral zu werden, ist hier natürlich ein chinesischer Anbieter stark gefragt und dementsprechend auch nach oben gegangen. Dementsprechend war es aber auch logisch und notwendig, dass diese Aktie so ein bisschen dann in den Seitwärtskanal geraten ist. Du siehst es hier, also wie gesagt, hier sehr, sehr lange seitwärts. Dann kamen eben diese vielen Ansagen, sowohl von der EU als auch von China und dann dieser enorme Anstieg, der absolut klar irgendwann wieder aufgefangen werden musste und in dem Fall dann auch hier mit einer langen Seitwärtsbewegung dann auch wieder nach unten ausgebrochen ist, nachdem auch der Wasserstoffsektor und generell die erneuerbaren Energien so ein bisschen unter die Räder gekommen sind. Wie gesagt, nach so einem krassen Anstieg ist das vollkommen normal und wenn man sich das mal charttechnisch anschaut, auch hier sind wir wieder unter dieser gelben und unter der linie. Das ist wie gesagt immer nur ein erster Indikator, aber wenn man sich mal die gesamte Charttechnik anschaut, ist das durchaus auch hier jetzt schon interessant einzusteigen. Für mich persönlich, also hier auch mit einem KGV zum Beispiel, von gerade um die 13, auch rein fundamental sehr, sehr günstig bewertet und hier sehe ich ganz langfristig, aber auch sehr viel Potenzial, werde auch hier keine kurzfristigen Kurssteigerungen mitnehmen, sondern werde hier wirklich langfristig investiert bleiben, aber auch kurzfristig sehe ich hier viel Potenzial. Wie gesagt, es ist eine volatile Aktie, aber zu dem Kurs wirklich mittlerweile sehr, sehr günstig bewertet, finde ich. Ja, die fünfte Aktie ist ja so eine Mischung aus Technik und Gesundheitswesen, in dem Fall Intuitive Surgical, eine Aktie, die kostet aktuell 602 Euro. Wie gesagt, auch hier kann es noch mal ein paar Euro runtergehen. Ich denke, diese Woche wird mal noch für beide Branchen sehr, sehr schwierig, also sowohl für Technologiewerte als auch für erneuerbare Energien. Intuitive Surgical hatte ich auch schon mal vorgestellt, bin ich auch selber wieder investiert und langfristig überzeugt. Das ist eine Aktie, die im Bereich von quasi Robotik tätig ist, in dem Fall Robotik im Bereich von Chirurgie. Das heißt, es geht hier um chirurgische Roboter oder Maschinen, die quasi am Menschen Eingriffe vornehmen können, die normalerweise ein Arzt vornehmen würde, ein Chirurg. Und hier hat man deutlich den Vorteil, dass eben das Ganze ein bisschen, ich nenne es mal, weniger invasiv vor sich geht. Das heißt, man hat weniger Verletzungen, man braucht kleinere Schnitte, was natürlich erst mal für den Patienten ein Vorteil ist. Man hat aber auch mehr Genauigkeit. Das heißt, auch hier zum Beispiel menschliches Versagen, menschliche Fehler sind hier erst mal ein wenig ausgeschlossen. Natürlich gibt es auch bei Maschinenfehler, aber hier steckt auch immer noch ein Mensch hinter der Maschine, der das Ganze quasi kontrolliert und auch steuert. Es ist aber in dem Fall wirklich so, dass die hier wirklich absolute Marktführerschaft haben in dem Bereich. Wenn man sich auch mal so die letzten zehn Jahre anschaut oder hier das letzte Jahr, dann sieht man die letzten zehn Jahre ist das deutlich nach oben gegangen. Jetzt 2020, 2021 tun sich noch ein bisschen schwer, da sehe ich aber auch gerade den Vorteil, eben aktuell einzusteigen. Warum? Weil eben solche Maschinen nicht gerade günstig sind. Also da sprechen wir mal von mehreren Hunderttausend bis zum Bereich von Millionen Euro. Und die verdienen sowohl mit dem Verkauf der Maschinen als auch mit der Wartung von diesen Maschinen. Und natürlich in einer Krise von einem Gesundheitswesen ist natürlich erst mal hinten angestellt, dass solche Maschinen angeschafft werden. Da sehe ich aber auch den großen Vorteil, dass eben die Aktie tatsächlich dann Ende 2021, vielleicht auch sogar schon Mitte 2021, wieder ordentlich anspringt, wenn dann auch die Investitionen wieder bald anstehen und das Gesundheitswesen sich eventuell wieder ein bisschen erholt hat und dann quasi auch solche notwendigen oder auch, ich nenne es auch manchmal Luxusanschaffungen, sich wieder leisten kann. Und auch hier wieder ein Fokus drauf setzt, sich da eben weiter mit solchen Dingen einzudecken. Und von daher hier ganz klar, mein persönlicher Einstieg hier auch für Intuitive Surgical, das sind alles fünf Aktien, wo ich selber investieren würde oder auch schon investiert bin. Von daher macht ihr auch selber gerne nochmal ein eigenes Bild davon. Ich bin absolut überzeugt von diesen fünf Aktien, auch gerade zum aktuellen Zeitpunkt. Und vielleicht bist du auch überzeugt von diesem Kanal. Dann abonniere mich gerne. Wir sind mittlerweile 57.000 Abonnenten. Großes Dankeschön dafür. Wir wachsen wirklich enorm. Ich lade alle zwei Tage ein Video hoch zum Thema Aktien, Geld verdienen und Finanzen. Würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Video dabei bist. Lass gerne auch den Feedback in den Kommentaren da. Gerne auch einen Daumen nach oben für das Video, wenn es dir gefallen hat. Und wie gesagt, ich bin auch sehr, sehr gespannt auf eure Vorschläge, welche Aktien ihr aktuell günstig findet und auch selber kauft. Von daher bis zum nächsten Video. Ich freue mich drauf. Lass wie gesagt gerne dein Feedback da. Ich beantworte alle Kommentare selber und freue mich immer wieder auf euer Feedback. Ja, bis zum nächsten Video. Alles Gute. Viele schöne Renditen. Euer Flo Farrell.